Sie sind insgesamt, es ist ein Projekt, das schon seit 20 Jahren entsteht, oder besteht. Sie beschreiben Ihre Musikrichtung selber so als Crunch, also eine Mischung aus Pop und Crunch. Sie schreiben Ihre Lieder selbst, haben allerdings heute auch zwei Covers dabei. Mal ein Hinweis, Dennis hat es ja so ein bisschen ausgelöst bei den Leuten, aber in der Vergangenheit war es so, dass dieser Bereich hier immer dann irgendwie zum Tanzbereich mutiert ist, wenn wir eine starke Band da hatten und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass wir das heute auch hinbekommen. Auch Sie machen das seit einiger Zeit, es ist Ihr Intensiv-Hobby, Sie gehen allerdings noch alle regulären Berufen nach. Also anständigen Berufen, die Sie mal irgendwann gelernt haben, glaube ich zumindest. Und wir freuen uns heute auf ein Set von, ich weiß nicht, wie viele Lieder habt ihr dabei? Von circa acht Liedern. Und ja, wenn ich einen Daumen von Ihnen bekomme, gebe ich sehr gerne die Bühne frei. Herzlich Willkommen, Meyers Garage! Applaus Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.